Mein Name ist Kliemanns Kötting, ich komme aus dem Emsland und bin seit Mitte 2018 bei der Firma Gesink angestellt. Ich arbeite dort als Außendienstmitarbeiter, betreue Kunden im westlichen Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen. Mein Schwerpunkt ist einfach bei den Kunden beratend tätig zu sein, die Aufträge zu verwalten, Aufträge entgegenzunehmen, Termine abzusprechen, wann die Saunen kommen und bei Problemen, sei es im Saunenstall oder sonst irgendwo auszuhelfen oder versuchen eine Lösung zu finden. Meine Hauptmotivation ist einfach, dass man einen sehr abwechslungsreichen Job hat, das heißt man hat einen Bürojob, man ist auch viel unterwegs in der Kundschaft, man kommt viel in verschiedene Betriebe, lernt verschiedene Leute kennen, Familien kennen. Der gesamte Mix bei Gesink macht es glaube ich aus, dass jeder Tag anders ist und man morgens nicht weiß, wie abends der Tag endet.